Hallo Leute, Herzlich Willkommen zu unserer neuen Folge von Vermisschen Malotter. Diesmal geht´s von Halle nach Erfurt. Tür auf! Und dann... Such... So... Ich vermale es hier ein. Das kann man ja nichts machen. Schade. Ähm, ja. Mach´s alles? Gut. Dann... Auf auf, nach Erfurt. Dann... Mh... Mh... Da rein. Da rein. Mach. Du bist so blöd gemacht mit dem Kreisverkehr, aber ganz ehrlich. Alter. Blubbt so alles auf, warum bling ich schon hier? So. Dann auf geht's. Danke schön. Natürlich. Danke sehr. Sehr freundlich. Salut. Ich hoffe, ich bin hier richtig. Ciao. Hier ist mein Dicke. Zehn rein. Mahlzeit bin ich hier richtig? Danke. Servus. Ich müsste noch ein Ticket bei Ihnen kaufen. Ach ja. Na, bin ich. Sehr freundlich. Ciao. Fahren Sie in meine Richtung? Auf geht's. Tschau. Grüezi. Ist das wichtig? Nein, gleich. Lauf ich gleich. Hallo. Fahren Sie in meine Richtung? Ciao. Aufsehen. Danke, aber ich fahre gar nicht mit Ihnen. Dann laufen Sie auch nicht von meinem Bus runter. Schau mal so rum alles zu. Hm. Das darf ich jetzt auch ein bisschen hinten hinquetschen. Na ja. Dann fahren wir mal los. Auf geht's. Äh, wir werden Service und Anzahl abspielen. Hallo und herzlich willkommen bei Flixbus. Wir freuen uns, dass ihr an Bord zu sehen habt. Wir freuen uns, dass ihr an Bord zu sehen habt. Und wir gemeinsam unser heutiges Reiseziel ansteuern. Bevor wir richtig in Fahrt kommen, hier ein paar Hinweise. Auch bei uns im Bus gilt die gesetzliche Anschnallpflicht. Bitte schnallt euch deshalb während der gesamten Fahrt an. In den Sitztaschen vor euch findet ihr unsere Bordkarte mit weiteren Sicherheitshinweisen und Infos zu unserem Snack- und Getränkeangebot. Eine Toilette befindet sich im hinteren Einstiegsbereich. Wer kostenlos surfen will, wählt sich einfach in unser WLAN-Netz ein. Unser Reisetipp fürs Internet? Schaut doch mal auf unserer Facebook-Page vorbei. Unser Team freut sich riesig über eure Likes und Fahrzeuge. Sollte euer Akku zu Neige gehen, kein Problem. Viele unserer Sätze sind mit Steckdosen ausgestattet und entsprechend gekennzeichnet. So könnt ihr euer Smartphone die gesamte Fahrt übernutzen. Wenn ihr eure nächste Fahrt auch gleich mobil buchen wollt, holt euch einfach unsere App. und profitiert von exklusiven Online-Angeboten. Auf flixbus.de stehen täglich brandaktuell alle Infos und Städteverbindungen für euch bereit. Natürlich wollen wir unseren Service ständig weiter verbessern. Für Feedback zu eurer Fahrt nutzt bitte den Fragebogen, den wir euch per E-Mail zuschicken. Wir danken für eure Aufmerksamkeit und wünschen eine entspannte Fahrt. Okay. Viel Spaß an Bord bei Flixbus. Hallo und willkommen zu Flixbus. Wir sind froh, dass wir dich an Bord haben und dass wir dich an deinem Lieblingsdestination heute kommen können. Bevor wir starten, wir möchten ein paar Informationen über die Reise. Ja, das ist gut. Aber okay. Genau. Es gibt einen Restrumpen in der Rehr-Bordung. Wenn ihr wollt, die Internet frei von der Hand, einfach auf unsere Wifi-Network. Wenn deine Batterie rauskommt, kein Problem. Viele unserer Säte sind mit einer Klamm-Nord. Wenn ihr wollt, deine nächste Reine, einfach auf unsere App auf deinem Smartphone, damit ihr könnt auf unsere viele Online-Discounts exklusives. Für mehr Informationen, einfach visit flixbus.com oder mit uns auf Facebook. Komm, bleib stehen! Danke dir! Bitte benutzen den Fragen, den wir dir bei E-Mail senden, um uns Feedback über deine Reine zu geben. Ihr könnt es auch nutzen, um deine Suggestionen, Ideen und Fragen zu sharen. Wir sind immer bereit, sich zu unterstützen. Und jetzt können wir endlich aufstehen. Danke, dass du zuhörst. Wir hoffen, dass du eine relaxende Reine und Spaß mit Flixbus. Flixbus. Flix. Ich will damit zusammen viel eher sehen und von weitem besser kennen irgendwie. Ich weiß nicht. Diejenigen, die schlechtere Grafiken eigentlich ohne, gemeine schlechtere, ganz schlecht als uns so vor. Ja. Ja. Geben dann. Da. 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 du 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 esoto aus dass, am slopes hier Das ist ein Fahrzeug, ne, weiß nicht. Ne, übertrieben ist ganz schön. Ich finde eigentlich verregend ist das Sprühreif, die in die, wenn man so Abflass bringt beim Auto. Die ist schön auch schön, auch dieses ständige, extreme, schnelle Wechsel von, äh ja, oder? Das ist so schnell! Das ist so schnell! Boah, ja, eine gute Ehrefahrer. Die Fahrversuche kämpft mir nicht so aus, wie es in den Mist ist. Wie weit geht's hier eigentlich? Wie weit geht's, wie weit geht. Wie weit geht's hier? Vielleicht geht's hier mal so weiter. Wie weit geht's hier, wenn ich heute noch was? Ja, das ist so schön. Ich bin mir im Neue-N-N-Vaath. Wie weit geht's hier? Ihr seid mir im Neue-N-Vaath. Wie weit geht's hier? Und Blume? Ja. Ich trau an, weil das Nest da ist. Ich hasse es, wenn es nicht mehr geht. Das ist immer. Ich verarsche mit 180 und das alles. Ein bisschen Fehler. Das ist es, wenn es nicht mehr geht. Ich habe es nicht mehr gehört. Ich habe es nicht mehr gehört. Ich habe es nicht mehr gehört. Oh, das ist schon da. Alle Herren. Ah, mit 21 Grad bin ich echt richtig gelandet. Nicht sagen. Ah, von den Ecken gibt es auch 100 hier. So. Wie ist denn es wohl, ey? Erfurt. Ich bin gespannt. Wie ist denn es wohl, ey? Erfurt. Entschuldigung. Erfurt. Irgendwie ist das Spiel nicht so, hm, auf der Straße keine Fußgänger, so Gegenbusse fehlen noch. Aber was demnächst mal reinkommt. Eigentlich wäre ich jetzt 50 angesagt. Oh. Ähm, ja. Aber wenn ich das Spiel jetzt so sehr, erkenne ich ja gar nicht den Nerven. Ich will es nicht unbedingt schlecht reden. Es gewisse etwas fehlt. Okay. Ich bin großartig. Okay. 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 Wie habe ich mich? Warum steht die alle bei mir auf der Seite? Das war eigentlich RÜG in Zeichen. Das war eigentlich RÜG. 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 Das war eigentlich RÜG.